Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Afterbuy-Kurztutorial. Ich zeige Ihnen heute in diesem Video, wie Sie sich auf der Startseite in Ihrem Afterbuy-Account zurechtfinden. Wenn Sie sich hier in Ihren Afterbuy-Account einloggen, gelangen Sie direkt ins Management Center, also auf Ihre Startseite. Kleiner Tipp am Rande, wenn Sie irgendwo in Ihrem Account unterwegs sind und jederzeit hier oben links auf das Afterbuy-Logo klicken, gelangen Sie ganz automatisch wieder zurück ins Management Center. Ich erkläre Ihnen einmal zuerst unsere Navigationsleisten. Wir haben hier einmal ganz oben eigentlich die wichtigste, die Schnellnavigation, die schwarze Menüleiste oben. Beispielsweise Verkaufshandling. Hier finden Sie Ihre Verkaufsübersicht, also wo all Ihre Verkäufe hinein importiert werden. Oder hier natürlich die unterschiedlichen Lister. Wir haben hier einmal den eBay-Lister und den Amazon-Lister sowie den Hood- und den Kaufland-Lister, also für die unterschiedlichen Marktplätze. Dann haben wir hier einmal die Produktverwaltung, Produkte. Hier legen Sie natürlich neue Produkte in Afterbuy an oder bearbeiten bestehende. Darauf gehen wir gleich natürlich noch genauer drauf ein. Dann haben Sie hier einmal Tools, beispielsweise unsere Statistik oder den Bilderservice, sowie den Im- und Exportbereich. Hier können Sie beispielsweise über den Universalimport Artikel in einem Schwung importieren. Hier natürlich ganz wichtig unter Konfiguration Einstellungen. Hier setzen Sie die Grundeinstellungen Ihres Afterbuy-Accounts, sowie hier die Favoriten. Das werde ich Ihnen später noch einmal erklären. So, wir beginnen hier im Afterbuy-Account über die schwarze Menüleiste, ganz rechts oben. Hier ist ja unser Hilfebereich und da haben Sie jetzt auch die Dokumentation von Afterbuy, wo Sie alles nochmal nachlesen können. Also alles Wichtige zu unseren Programmen, zu den Funktionen, zu den Optionen etc. Wenn wir hier einmal draufklicken, öffnet sich die Afterbuy-Dokumentation in einem neuen Tab. Und wir sehen hier schon, die Afterbuy-Dokumentation ist ähnlich aufgebaut wie der Afterbuy-Account selbst. Sie haben hier oben auch die schwarze Menüleiste, die Ihnen ja schon bekannt ist, mit den verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Verkaufshandling, Lister, Produktverwaltung etc. Wenn Sie hier auf die verschiedenen Bereiche klicken, können Sie hier ebenfalls auch die Unterpunkte öffnen, zum Beispiel Verkaufsübersicht. Wenn wir da jetzt einmal draufgehen, sehen Sie, hier wird alles schriftlich einmal erklärt, auch mit Screenshots oder auch hin und wieder mit Videotutorials, was Sie wissen müssen zur Verkaufsübersicht. Und das können wir hier mit allen anderen Bereichen auch machen. Jeder Bereich wird hier einmal einzeln erklärt. Wenn wir jetzt auf die Startseite von der Afterbuy-Dokumentation zurückgehen, sehen wir auch hier auf der Startseite, dass alle wichtigen Prozesse oder alle wichtigen Funktionen oder Tools von Afterbuy einmal grob veranschaulicht werden. Das heißt, wir können uns hier einmal durchklicken, was uns interessiert, wo wir noch etwas genauer zu nachlesen möchten. Zum Beispiel Marktplätze, Produkte, Verkaufen. Das sind die einzelnen Themenbereiche. Wir gehen jetzt mal hier auf Marktplätze. Dann haben wir beispielsweise hier alles Wichtige zum Nachlesen zu dem Bereich Amazon, eBay, Otto, Kaufland oder hud.de in Afterbuy. Wir gehen jetzt zum Beispiel mal auf Amazon drauf und dann sehen Sie, können Sie hier alles Wichtige nachlesen, was eben wichtig ist für Amazon in Afterbuy. Zum Beispiel Grundeinstellungen. Wenn wir einmal hier drauf gehen, sehen wir eben hier alles Wichtige zu den Grundeinstellungen für Amazon. So, dann gehen wir jetzt noch einmal zurück auf die Startseite. Sie kommen immer hier oben links über den Afterbuy-Dokumentationsbutton zurück auf die Startseite. Auch ganz wichtig unser FAQ-Bereich. Hier sind häufig gestellte Fragen und Antworten zu verschiedenen Themenbereichen in Afterbuy. Sie können aber natürlich auch Ihre Fragen filtern oder direkt ein Stichwort eingeben, wozu Sie eine Frage haben. Was ebenfalls noch sehr wichtig ist, wenn wir einmal zurück auf die Startseite gehen, ist der Button hier unten rechts, Fragen, Feedback oder Anmerkungen. Das heißt, wenn Ihnen irgendwas fehlt oder Sie generell irgendwelche Fragen zu unserer Dokumentation haben oder zu einzelnen Bereichen, dann können Sie gerne hier unten rechts auf den Button klicken. Dann öffnet sich automatisch Ihr Postfach und Sie können uns eine Mail schicken. Und wir werden uns dann schnellstmöglich darum kümmern. Und ganz wichtig, die Support-Pin. Da werde ich auch einmal kurz drauf gehen, um Ihnen das zu zeigen. Wir haben nämlich noch einen technischen Telefonsupport, einen Kundensupport. Das heißt, der steht Ihnen täglich von 9 bis 17 Uhr, freitags von 9 bis 15 Uhr telefonisch zur Verfügung. Sie sehen, dass hier die Ampel grün ist. Das heißt, die derzeitige Auslastung des Supports ist sehr gut und das Team steht Ihnen kurzfristig zur Verfügung. Sie können jetzt hier einfach einen Grund angeben, also ein Stichwort, warum Sie beim Support anrufen möchten. Also wenn irgendwie eine Frage auftritt oder wenn Sie an einer Stelle nicht weiterkommen, können Sie jederzeit gerne bei den Kollegen anrufen. Ich gebe jetzt hier einmal als Stichwort Testschulung ein, damit die Kollegen auch Bescheid wissen. Dann gehen Sie hier auf Support-Pin generieren und erhalten im nächsten Schritt dann Ihre Kundennummer, Ihre Support-Pin und die Support-Hotline-Nummer. Das heißt, bei dieser Rufnummer rufen Sie gleich einmal an, geben Ihre PIN durch und die Kollegen können sich anhand Ihrer Support-Pin in Ihren Account einloggen und Ihnen schnellstmöglich weiterhelfen. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, dem Support-Team eine Nachricht zu schreiben, also eine E-Mail. Dazu können Sie hier einfach Ihre Nachricht verfassen, eventuell noch Dateien auswählen und hier über Absenden die Mail abschicken. So, dann gehen wir jetzt einmal zurück über das Afterbuy-Logo ins Management Center. Dann haben wir noch zwei relativ wichtige Navigationsleisten, die auch gerne mal übersehen werden. Einmal hier diese weiße horizontale mit Kundenverwaltung, Kontrolle, Optimierung und Einstellungen, was sehr wichtig ist. Darauf werde ich kurz einmal zu sprechen kommen. Hier können Sie nämlich beispielsweise über Tarif und Rechnung jederzeit die Tarifwahl neu durchlaufen. Wir haben ja drei Tarife zur Auswahl. Falls Sie noch Beratungen bezüglich der Tarife brauchen, auch gerne nach dem Webinar einmal bei uns anrufen in der Neukundenberatung. Hier haben Sie auf jeden Fall die Tarife zur Auswahl. Und hier sehen Sie auch nochmal alles aufgelistet, was für Funktionen die Tarife beinhalten. Ich gehe einmal wieder zurück ins Management Center über Einstellungen. Wie gesagt, Tarif und Rechnung. Hier die Tarife, wo wir gerade drauf waren und den Punkt Tarifinformation Afterbuy-Rechnungen. Das zeige ich Ihnen einmal kurz. Hier werden Ihre monatlichen Rechnungen von Ihrem Afterbuy-Account aufgeführt. Hier können Sie auch filtern nach einem Suchwort oder nach einem Datumsbereich oder beispielsweise Betrag nicht Null und können natürlich auch hier auswählen Monatsrechnungen. Das heißt, hier können Sie sich Ihre Monatsrechnungen noch einmal aufrufen und natürlich auch ausdrucken. So, wir gehen wieder zurück ins Management Center. Auch ganz wichtig, über persönliche Daten, Adressdaten oder Afterbuy-Login-Daten, das ist eigentlich egal, Sie kommen zu demselben Bereich, können Sie hier Ihre eigenen Adressdaten von Ihrem Unternehmen hinterlegen. Das ist natürlich sehr wichtig, auch für Rechnungen, Paketscheine, Lieferscheine etc., dass natürlich Ihre Kunden die korrekten Daten sehen können. Hier beispielsweise können Sie einmal die Firma hinterlegen, Ihre Adressdaten, Ihre Anschrift, Telefonnummer, also Ihre Kontaktdaten etc. Hier natürlich Ihre Bankdaten. Das wird natürlich auch wichtig, wenn Kunden Ihnen den Betrag überweisen möchten. Also das ist natürlich sehr wichtig für Ihre Rechnungen, dass dort die korrekten Daten ausgewiesen werden, sowie für uns natürlich auch für Ihre Monatsrechnungen. Genau, das wäre es hier eigentlich schon in dem Bereich. Wir gehen zurück ins Management Center und dann erkläre ich Ihnen noch einmal kurz diese Navigationsleiste. Hier haben wir beispielsweise in dem Bereich Verkäufe. Sie können hier direkt in die Verkaufsübersicht switchen, so wie Sie das aber auch hier drüber machen können, über Verkaufshandling, Verkaufsübersicht. So, hier hätten wir beispielsweise die Verkaufsübersicht noch einmal oder auch Verkauf manuell anlegen, Sell Creator. Das ist eine sehr hilfreiche Funktion. Darauf gehe ich später nochmal ein. Dann haben wir hier die Vertriebskanäle, also hier die Marktplätze, eBay, Amazon, Hood etc. Und hier natürlich einmal den eigenen Afterbuy-Online-Shop, den Sie optional natürlich gerne dazu buchen können. Hier unten haben wir einmal den Produktbereich, also beispielsweise die Produktübersicht. Sie können hier über diese Schnellnavigation direkt auch ein neues Produkt anlegen. So, dann haben Sie hier ganz oben im Management Center meistens einen Banner, den Sie hier sehen können. Das sind meistens aktuelle Benachrichtigungen, Mitteilungen oder aktuelle Promoaktionen, die Sie buchen können. Darunter beispielsweise hier, wie Sie sehen, eine Mitteilung Webinar Afterbuy-Online-Shop. Das ist einfach eine Mitteilung zu unserem aktuellen neuen Webinar, was Sie buchen könnten in unserem Schulungsshop. Da können Sie einmal draufklicken und dann werden Sie automatisch direkt weitergeleitet. Und ganz wichtig, hier unten die Widgets, also Ihre persönlichen Bereiche in Ihrem Account. Sie können sich über diese Pfeiltaste, können Sie sich jeden Bereich einmal auf- und zuklappen. Dann wird das Ganze natürlich übersichtlicher. Je nachdem, was Sie auf der Startseite direkt angezeigt haben möchten und was Sie auch im Alltag benötigen. Beispielsweise eBay-Retouren. Wenn Sie sich das aufklappen, wird hier Status und Anzahl angezeigt. Bei mir ist das Ganze natürlich jetzt leer. Das ist ja nur ein Test-Account. Aber Sie können sich hier wirklich alles auf- und zuklappen. Meine Verkaufsstatistik, wöchentlich, monatlich, Verkäufer-Cockpit, also wirklich alles Mögliche. Und Sie können sich auch diese Widgets verschieben. Dazu klicken Sie hier drauf. Sie sehen, dann kommt es ein Kreuzsymbol. Und dann können Sie das Ganze einfach verschieben, so wie Sie das haben möchten. Wie Sie das platziert haben möchten auf der Startseite. Einfach loslassen und dann wird das Ganze angepasst. So, dann wären wir jetzt am Ende des Afterbuy-Kurz-Tutorials. Ich hoffe, nach dem, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, finden Sie sich auf jeden Fall etwas besser und schneller zurecht in Ihrem Afterbuy-Account. Weitere Tutorials finden Sie natürlich wie immer neben mir oder unten in der Infobox verlinkt. Ich hoffe, nachdem Sie sich auf jeden Fall etwas besser und schneller zurecht in Ihrem Afterbuy-Account. Ich hoffe, nachdem Sie sich auf jeden Fall etwas besser und schneller zurecht in Ihrem Afterbuy-Account.